Engagement im Bereich Umwelt und Soziales, also damit hat es mich dann letztlich eingefangen und letztlich bin ich sehr froh daran teilgenommen zu haben und dass jetzt alles so ist, wie es ist. Und war dein erster Schönheitswettbewerb oder nicht? Ja, ist mein erster und wahrscheinlich auch mein letzter Schönheitswettbewerb, weil Miss Earth einfach unvergleichlich ist und das einfach zu mir passt und was anderes wird da gar nicht in Frage kommen. Jetzt ist es so, dass jede der Teilnehmerinnen dort quasi eine Art Patronanz für ein ökologisch wertvolles Projekt übernommen hat. Bei dir war das Thema Solarenergie in der sogenannten dritten Welt. Warum genau das? Genau, also ich finde, passend auch zu meinem Titel Miss Earth Air, dass Dieselgeneratoren etwas sind, was eigentlich ersetzbar ist durch Solarenergie, weil es natürlich weniger Luftverschmutzung produziert, plus leiser ist, plus weniger kostet und das sind alles Dinge, die sehr schön sind. Und gemeinsam haben wir mit einer Solarenergiefirma in den Philippinen ein ganzes Dorf ausgestattet und das werden wir auch nächstes Jahr weiterführen und dieses ganze Projekt auch noch erweitern. Was stellst du dir so vor für deinen weiteren Lebensweg? Ich nehme an, nachdem du schon gesagt hast, Schönheitswettbewerbe werden es nicht mehr werden. Wird es vielleicht eher die Umweltschiene? Ganz bestimmt, ganz bestimmt. Also ich werde mich jetzt sicherlich eher meinen Projekten widmen und ja, das wird es für die nähere Zukunft auch dann sein. Und was man ja nicht weiß und was man dir wahrscheinlich auch nicht zutrauen würde, wenn man dir das sieht, du bist eigentlich hauptberuflich Zahnärztin. Ja. Das ist wirklich das Graue. Ich nehme an, das Geschäft geht gut, aber ist das irgendwas, das möchtest du auch weiter beruflich dann noch machen oder ist das abgeschlossen? Also definitiv. Ich bin sicherlich eine Zahnmedizinerin durch und durch und ich liebe auch meinen Beruf und ich liebe es, faulige Zähne wieder gesund zu machen, so absurd es klingt. Aber natürlich steht das momentan etwas hinten an, aber ich werde es definitiv wieder zu meinem Beruf zurückfinden. Wunderbar. Das freut mich sehr für die Angstpatienten, denen nimmst du sicher ein bisschen die Angst. Vielen Dank auf jeden Fall für den Besuch. Danke auch. Und ich gratuliere nochmal zum zweiten Platz oder zum Titel der Miss Earth Air. Danke schön. Da reicht dir auch nicht jeder. Danke schön. Vielen Dank. So, ja, man kann nicht...